Wir fahren hier von Gubuleti nach Guttasi, sind bei Kilometern zu 31.8 km. Es ist total grün hier, das ist Harrelanschow, viele Kühe auf der Straße und ich vermute auch eben viele Hunde. Ich habe fast drei immer griffbereit. Rechts ist der kleine Kaukasus, da vorne ist wieder jemand anderes mit dem Fahrrad. Krasse Sache. Gut, bis dann!